Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, stehe ich schon mit Mila in der Box. Die ist die ganze Zeit beim Bommeln von der Mütze zu Gange. Also, was ich euch noch erzählen muss bzw. will, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Es stand in den letzten Wochen nicht nur der Umzug an, sondern Mila hatte auch einfach einen Sehenschaden. Also als ich feststand, dass wir umziehen, hatte sie plötzlich einen Sehenschaden. Wie als ob sie gehört hätte, okay, wir ziehen um in den Stahl mit Therapiezentrum und Aquatrainer. Jetzt nutzen wir es auch mal alles aus und probieren das alles gleich voll aus. Und ja, deswegen braucht man ja eine Verletzung. Also echt, was hat die mit meinem Bommeln? Unfassbar. Nachdem Mila Sehne dann kontrolliert wurde, dass wieder alles in Ordnung ist, ist sie dann dreimal in der Woche den Aquatrainer gegangen. Dann wird sie wieder angeritten und jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass wir sie auch an die Longe hängen. Aber das haben wir nicht von Anfang an gemacht, weil sie ja so eine Kandidat ist, die super gerne bockt und auch vorne hoch geht. Also wenn sie übermütig ist, macht sie nicht immer. Es ist wirklich nur wegen dem Übermut. Ansonsten ist sie mittlerweile super brav. Und ja, deswegen. Heute ist der zweite Tag, wo ich sie an die Longe hänge. Und die war heute auch schon im Aquatrainer, deswegen hoffe ich, dass sie jetzt brav ist. Also gestern hat sie schon richtig Party gemacht. Deswegen, ja, drückt mit Daumen, dass alles hält. Weil die Sehne muss ja auch erst mal sprechen. Also war es alles wieder sein, um so einer Belastung standzuhalten. Ja, aber wir sind ja schon einige Wochen zugange. Deswegen, hoffen wir, dass alles gut geht. Und alles gut. Das war so laut. Das war so gut. Ja, ich hab grad nach Dort. Ja, ich hab gedacht, das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.